Willkommen zu einer weiteren Folge Fußmännische 19 mit der Karriere beim 1. FC Magdeburg. Ja, nachdem ich die Videos alle aufgezeichnet habe, ist mir aufgefallen, dass mein Mikro kaputt war und ich musste mir erst ein neues Headset kaufen. Das heißt, ich habe das alles nachvertont und ja, ihr hört mein Gesabbeln nicht die ganzen Videowahl. Wie immer untermeile ich den Rest des Videos mit Musik. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und ein angenehmes Wochenende. Bis dann mal. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020